Und los geht's. Wo bist du? Hallo. Du hast voll diese Teufelsköpfchen. Du auch. Und so Teufelshändchen. Also dann. Ja, jetzt müssen wir Teufel abknallen. Ja. Boah, die Weitechsen, die sind schwierig. Ja. Kommt noch mehr. Haben wir's? Haben wir's? Ja. Ja. Ach, ich hab'n Schild. Da meins ist weg irgendwie. Ich hatte es kurz. Ja, wenn die zu oft drauf schießen, glaube ich, geht's weg. Oh, da sind sie wieder. Oh, ist böse, wenn die sich teilen, ne? Ja. Hast du jetzt auch diesen Zeitloopen-Effekt? Ja, den hab' ich jetzt auch. Also, der Bonus für alle. Ja, und das Leben anscheinend auch in das Gold. Ah, ich hab' ich mal so sagen, weil auf beiden Seiten ist ja gleich viel. Ja, da kannst du recht haben. Ja, wir sind allein Team jetzt, ne? Ja, das ist echt gut. Ich hab' das ja letztens alleine getestet, und ich weiß es nicht, ob wir jetzt mehr Gegner sind, ob es, wenn man zu zweit spielt, aber das läuft ja ganz gut. Gut, ich hab' ein Schild. Guck mal bitte, ob du auch ein Schild hast. Ich hab' ein Schild und ich seh' das bei dir auch, ja. Jetzt ist meins weg. Jetzt ist es wieder weg. Du kannst das auf der Grip-Taste immer nehmen und... Ja, ja, das hatte ich, aber das funktioniert nicht mehr, das ist aufgebraucht anscheinend. Guck mal, guck mal, ich kann's immer wiederholen. Ja, bei mir geht das nicht. Komisch. Du hast mir mein Schild geklaut. Ja. Naja. Oh, der hat sich jetzt richtig viel geteilt, hier hast du das gesehen? Da sind auf jeden Fall mehr Gegner als alleine. Ja. Und ich hab' kein Schild. Das ist gemein. Ja, und mein, mein Bonusschuss ist auch ins Leere gegangen, leider. Warum machst du denn so gut? Ja, ich weiß auch nicht. Die kleine Teufel, der schießt doch. Die können wir immer näher, hier. 78 haben wir nur noch. Ja, aber wir sind schon bei 5. Also Ziel muss sein, 15. In der Welle 15 müssen wir wieder leben. Was? Oh, jetzt haben wir andere Köpfe schon mal. Gut, das war unendlich Schuss haben, ne? Ja. Nicht noch Munition gesammeln müssen. Jetzt hast du doch ein Schild, oder? Ja. Ja, ich hab grad eins aufgesammelt. So beruhigende Musik ist das. Da kommen wir zu. Ja. Wow. Gehst du weg. Ja, ist klar. Jetzt hab ich schon wieder meinen Bonusschuss verloren. Ja, aber du hast ja jetzt die Zeitlupe. Ja. Aber ich will mal treffen mit so einem Bonusschuss. Aber es ist ja gut, wenn wir jetzt die Zeitlupe haben. Ja, nur keine Gegner mehr. Ja, da unten. Wo sind sie? Wo sind sie? Ja, ich treff die gar nicht. Da unten. Jetzt kommt er hoch. Hey, ich treff den nicht. Sag mal. Jetzt. Ich seh gar keinen Gegner mehr. Jetzt sind sie ja alle tot. Aber sie sieht sehr nett aus hier hinter uns. Ja, die Pflanze finde ich voll toll. Cool, cool gemacht, ja. Hallo, Toi. Und so werden immer mehr. Schild da oben. Ich hab grad eins eingesammelt. Oh, okay, okay. Hey, das war's schon. Guck mal, wir sind schon bei 8. Das war ja einfach jetzt, oder? Ja, ich halte mir. Wir haben gut gespielt einfach so. Ich halte mir jetzt ein bisschen das Schild vor das Gesicht. Das waren jetzt auf einmal sehr viele. Ja, viele, die sich geteilt haben. Ja. Ich hab' schon wieder daneben geschossen. Okay, den Superschuss werde ich wohl nie irgendwie treffen. Ach, irgendwann bestimmt. Ich hab' lange genug gespielt. Genau. Ich bin gespannt, was noch für Gegnertypen kommen. Ja, bin ich auch. Vielleicht passiert bei 10 irgendwas Besonderes. Kann natürlich sein, ne? Oh, da kommen schon andere. Ja, Bienen! Oh, und die teilen sich in noch kleinere. Ja. Und bei 10. Oh, jetzt waren wir echt gut. Ja gut, die können ja nicht jetzt so eine seltsame Gegnertypen hier machen. Hast du neben deinem Schild auch so eine Anzeige? Da unten 3, ja. Oh, bei mir sind ein paar mehr. 6 sogar. Vielleicht ist das der Status von dem Schild. Oh! Oh, das war genau neben mir vor meinem Gesicht. Oh, die Kleine sieht man kaum. Ja, die kommt voll dicht. Die machen mein Schild kaputt. Wo sind sie, wo sind sie? 11. Ja, weg. 11. Also, ich hab' immer noch 6, also... Boah, wie gut wir sind und so Punktzahlen. Ich konnte die sogar mit dem Schild kaputt machen gerade. Ja, stimmt, wenn man hier so... Ja, stimmt, wenn man hier so... Das müsste ich auch mal machen, ich hab' gar nicht dran gedacht. Okay, also... Ich hab' grad'n Schild abgeschossen und jetzt hab' ich hier unten 4 Punkte. Ja, okay. Oh, da kommen sie. Mhm. Ja, Zeitlupe-Monus ist das nicht schlecht. Ja. Vor allen Dingen, dann können die auch nicht so schnell angreifen, macht man das mal im Blick. Aber selbst da sind die Weiden relativ schwierig zu erschießen. Hinter mir! Die kleinen... Die kommen auch von hinten, die dummen Kumpel, ey. Hä, 13, guck mal rein. Aber die kleinen Gegner gehen so ein bisschen unter mit dem Staub hier, finde ich. Ja, es soll ja schwierig sein. Ja, ja, klar. Da hinten... Oder... Jetzt hab' ich ganz viele Dinger, jetzt hab' ich auch selbst hier an meinem Schild. Oh. 14. Ah, 15 wird kein Problem sein. Aber wir haben nur noch 42, ne? Ja, aber wir sind ja auch schon relativ weit. Das ist weniger zu los. Ich weiß nicht, ob die mystisch sind. Da ist wieder das Schild. Ha, kommt her. Ich mach' euch platt. Nicht, die sehen. Oder auch nicht, wenn ich daneben schieße. Die Weiden, die sind echt schwierig, aber die kommen auch... Aber die geben einen Haufen Punkte, die kleinen. 2500 geben die. Die kommen... Die kommen die ganze Zeit nah, ne? Aber ich hab' noch genug Schild, also noch... Noch geht's. Ah, aber 37, wir haben wieder verloren. Das ist schade, dass man das nicht wieder aufrichten kann, so ein bisschen durch irgendwelche Punkte. Vielleicht kommt es ja noch. Entweder wir haben es noch nicht entdeckt, oder das kommt noch. Das ist ein Early-Exit-Spiel, das ist ja gerade erst rausgekommen. Ja, ja, klar. Und ich denk' mal, da wird noch einiges dran gemacht. Das wär' schon cool, wenn wir jetzt irgendwie durch irgendwas hier unser Leben auffrischen können. Ja, aber das ist einfach nicht vorgesehen, ne? Oh! Jetzt ist ja aber einiges los. Ja, ich hab' noch mal einen Zeitflug angemacht. Das ist sehr gut. Ich könnte noch eine Weile anhalten. Ja. Wow, hau ab! Ah, steht direkt über mir. War's das jetzt? Ich seh' nix mehr. Ich auch nicht. 17. 17. Nicht schlecht. Also, ich hab' da die ganze Zeit das Schild, das ist schon krass. Ich dachte, das geht schneller weg. Ah, die Teufelchen sind wieder drin. Oh, jetzt kommen alle. Alle gleichzeitig. Äh, ja. Ja. Und hinten, von hinten. Oh, der ist wieder nicht rübergeflogen. Da oben war wieder Schild. Ich rede die ganze Zeit von Schild und Hals, wenn ich vor'n Kopf und Teufel hab' ich auch grad nicht getroffen. Boah, die sind überall. Und wir sind erst bei, was? 18? Ich weiß es nicht. Ja, jetzt sind wir 18. 18. Ach, man kann sein Schild selber anschießen. Boah. Jetzt ist hier was los. Auf jeden Fall. Ich treffe auch nicht. Ah, die kommen, die kommen. Oh Gott. Jetzt müssen wir einen Superschuss oder sowas haben. Äh, mach mal. Ja, ich schieße immer nach neben. Ja, ich schieße immer nach neben. Aber noch halb mal durch. 23,5 haben wir. Hast du da noch Zeit zu gucken? Ey, sehr gut. Wo haben wir noch was? Da oben? Sind auch so eine Kleine. Das ist, oh, da ist noch ein Teufel. Hast'n? Ja. Ja. Das sollte es gewesen sein. Wir sind gut. So, weil es bei 20 kommt halt ganz Großes bestimmt. Ja, komm, wir brauchen ja. Ne, mal sehen. Ich muss ein bisschen Mühe geben, dass wir bis 20 kommen. Weil es war jetzt echt viel. Ja, und es wird nicht weniger, ne? Nein. Wie man grad sieht. Ja, ist klar, Leute. Ich hab die Zeitlupe angemacht. Passt sehr gut. Ach, so viel Platz, wie es geht. Ich hab auch nochmal Zeitlupe angemacht. Ach, anfallen. Ich treff das nicht. Ich grad auch nicht. Wow. Wir sind wieder über uns auch. Ja. Die Kleinen, die, die kommen sehr dicht. Oh, 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 oh. Ich versuch die nochmal ein bisschen mit dem Schild wegzuschlagen. Oh, teilt euch doch nicht nochmal. Ihr seid schon genug. Nein, was? Oh. Oh. Oh nein. Oh, wir haben viele Punkte. Wie viele haben wir? Erster Platz. Erster Platz. Wir sind wieder auf den Ersten. Erster Platz, sehr geil. Was denn? Yeah. Und das ist ne globale Liste, ne? Ja, Niki, wir sind einfach cool. Wir sind die Besten, cool. Wollen wir doch einfach ne Runde? Ja, klar. Dann gucken wir, ob wir jetzt weiterkommen. Ja, wir müssen uns jetzt noch weiter absetzen, ne? Jetzt steh ich hier auf der Seite. Ja, Seitenwechsel. Ja, dann Runde zwei. Ja, ich hoffe jetzt besser. Los geht's. Ja. Ja, wir waren schon ganz, ganz gut. Wir waren die Besten, hast du doch gesehen. Also die Punkte lügen nicht, ne? Ne, die lügen nicht. Und so schnell wie es eben geht ein Schild nehmen, das war das Leben. Ja. Irgendwie treffe ich jetzt grad nix. Ne, da unten ist noch nix. Wir dürfen in den niedrigen Wellen jetzt auch nix verlieren an Energie. Das wäre ganz wichtig, ne? Ja, wir haben schon genug verloren, guck mal. Ja. Fünf Punkte, okay. Ich treffe mit diesen Superschuss nix. Ich glaube, mit dem habe ich auch nicht getroffen. Der eine, der so flug da rauskommt, ne? Ja, ja. Ah, der muss man direkt den ersten mit treffen, dann passiert mit sich halt irgendwas. Ich probier's jetzt nochmal. Dann? Ne, schon wieder an sich. Ja. Jawoll. So, ich habe nur ein, ein Schild. Zwei. Okay. Ach cool, wenn man auf den Boden schießt, gibt es so Abpreller. Ach, du schießt auf den Boden. Jetzt schießt auf die Teufel. Ich versuch's. Aber sind die Karten, die jetzt droppen, immer nur für einen oder? Sehen die beiden? Das weiß ich nicht. Ich könnte ja mal drauf achten. Oder klaut man die dann, wenn man drauf schießt? Ich habe keine Ahnung. Jetzt kommen sie. Oh Gott. So schnell, wenn die so, quasi diese ruckartigen Seitwärtsbewegungen machen. Ja, und wenn die auf einmal dann ganz nah bei einem sind, sieht man die meistens gar nicht mehr. Wann hatten wir ungefähr die Hälfte Leben weg? Bei welcher Welle? Ich habe eben gar nicht drauf geachtet. Ich auch nicht. Mach! Das war dicht. Manche Wellen sind härter als andere irgendwie, ne? Ja, das ist ja gut. Ich dachte, die wird immer schwieriger, aber... Ja, aber wir brauchen auch mal eine einfache, bis manche weiterkommen. Mal gucken, ob wir den Rekord noch knacken. Wäre eine nicht schlecht, ja. So wie die sich bewegen hat, so ein bisschen was von den ganz alten Spielen. Ich weiß, Space Invaders, glaube ich, hieß das. Ja, genau. So soll es ja auch gedacht sein. Nein, schieß nicht auf mich. Wie die kaputt gehen. Plopp, plopp. Acht. Wir haben 78 Leben noch. Obwohl 3.775 Punkte da. Beziehungsweise Gold. Das ist kaum möglich mit diesem Strudel da zu treffen. Ja. Ich habe auch gerade wieder daneben geschossen. Die Zeitlupe hatten wir jetzt lange nicht in dieser Runde. Ja, ich habe die gerade noch aktiviert. Vielleicht sollten wir erst die Zeitlupe und dann diesen Strudel mal versuchen zu schießen. Das könnte man auch mal probieren. Aber dann müsste man das ja in der Reihenfolge auch haben. Aber wir haben viel verloren, ne? 7 Punkte? Ja. Da kommen die Bienen. In eine Bienen. Ja. Die können sich gut verstecken hier, wenn die so links sind. Wir haben nichts verloren. Das ist schon mal positiv. Wir sind schon bei 31.000. Ja. Wie die flattern. Ja, es ist schwierig die erst zu treffen. Aber die Punkte steigen schnell. Ich sehe gar keine mehr. Ach ja, gut. Das war's. Ab 10 geht's los, glaube ich, mit den Punkten. So richtig. Mhm. Da hinten. Ich muss echt mehr darauf achten, dass ich das Schild vor den Augen habe. Das war's. Super. Oh. Okay, jetzt wird's wieder hektisch. Ja. Oh, der kam so tief. Aber schon bei 13.000. 66.000, das ist, denke ich, mal so gut. Wie viel hat man? 689.000, oder? Ich weiß es nicht mehr. Also wir müssen über 7 kommen. Naja. Zeithub und wenig Gegner, alles. War ein bisschen schlecht, aber egal. 14. Komm, wir haben keinen Punkt verloren, ist auch gut. Ja. Oh, schon wieder daneben geschossen mit dem... Oh, ich genau daneben. Also knapp darunter unter den Fies durch. Ich würde mich jetzt total ärgern, wenn ich dann auf die Liste gucke und wir stehen dann nicht mehr oben. Nee, wir verteidigen den Platz. Ja. Das wird jetzt eine richtige Challenge. Genau. Der erste Platz gehört uns. Wir ganz allein. Na gut, es gibt jetzt immer wirklich über 2.000 Punkte. 2,5. Mhm. Oh, jetzt... Jetzt habe ich getroffen. Oh, jetzt kommt eine Menge. Jetzt kommt eine Menge. Schöner Schild vor die Augen halten. Komm, treff, treff. Nein. Jetzt habe ich das dicke Viech da aufgeschossen. Ich bin auch überall nicht zu klein und ich treffe mich. Jetzt kommt eine Menge. Wow. Ui. Ey, die attackieren einfach. Den muss man echt aufpassen, wenn die an Anfliegen. Ja. Das war jetzt schon heftiger. Ja, guck mal. 46 leben nur noch. Schade, ob man nicht erkennen kann, hat man jetzt noch Zeitlupe oder nicht? Woran sieht man das? Ich weiß nicht, ob da in einer Waffe irgendwas... Auf alle Fälle habe ich sehr viel Schild. Ja, das ist jetzt wirklich kein Problem, ein Schild. Jetzt waren die hinter mir schon wieder. Ja, nicht, dass wir uns gegenseitig abschießen können. Sind ja die Kleinen. Ui. Das habe ich mit dem Schild erschlagen. Na gut, aber man muss ja um sich schießen, wenn die auf einmal neben einem sind, ne? Ja. Nicht, dass wir uns hier nicht umkommen. 45. 18. Aber unser Leben war erst auch so schnell weg. Müssen wir mal aufpassen. Boah, sind die schnell. Okay, ich habe keine Zeitlupe mehr. Das ist blöd. Ich auch nicht. Jetzt sind sie alle da. Wir sind hier mit dem Schild um mich schlagen. Ui. Boah. Oh, hier ist ein Zeitlupe Modus. Wäre gut, ne? Aber langsam lichtet sich das Ganze. Ja. Der Teufel hat sich ja auch gerade wieder geteilt, der Teufel. Der Teufel hat sich ja auch immer mehr. Jetzt warst du es, oder? Ja. 23,5. 19. Ach du Scheiße. Was? Oh, das ist... Wer weiß, was bei 20 ist. Das ist mit... Schön. Haut aber alle ab. Das sind so viele. Das sind so viele. Ich treffe auch nicht. Boah, geh weg. Halt durch, Niki. Ich lag hier mit dem Schild wild um mich. Versuch nochmal, ob es irgendwie Zeit... Null! Wir haben null Leben! Ah. Oh. 621.000. Okay, man muss sich echt für... für... Wave 20 war das ja jetzt. Da müssen wir uns echt diese Zeitlupe und die Schüsse aufbewahren. Aber ich weiß nicht, ob man die von Wave zu Wave mitnehmen kann. Ich... Ich glaube, ich glaube wohl. Ja, probieren wir nochmal, oder? Ja, warte mal. Erst... Hä? Ja, wir haben knapp... knapp... verpasst. 621.000. Aber wo stehen wir? Wir können ja nicht doppelt in der Liste stehen wahrscheinlich. Nö, wir haben weiterhin unseren ersten Platz quasi, ne? Mhm. Ja, aber eigentlich würde uns jetzt der dritte und vierte Platz auch noch zustehen. Ach so, du willst öfters in der Liste stehen. Ja gut, das geht wahrscheinlich nicht. Im Namen der Teufelshand werde ich alle besiegen. Oh, oh, oh. Ja, bei der Teufelshand. Ein Schild. Kannst du das Schild jetzt auch nutzen? Ja. Ja. Ich habe aber gerade auch schon eins gesammelt, glaube ich. Ach, nun zwei Punkte verloren. Okay. Damit können wir leben. Ich hoffe, dass wir jetzt mal an die 20 kommen. Oh. Ja. Oh, ja. Ja. Weil es war erst so schnell, dass es dann zu Ende ging. Ja, aber da waren viele Gegner auch wieder. Ja. Ja. Es war irgendwie echt schade, weil das 20 hätte ich schon gerne gestanden. Ja. 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 Wenn wir jede Runde ein bis zwei Punkte verlieren, dann super. Ja, aber wenn es dann so viele werden, muss man echt aufpassen, dass diese kleinen gelben sind, dann können wir ihn da nicht anfügen. Die waren echt hart. Dann weg mit euch. Das Leben sieht noch gut aus, aber ich will uns mal nicht so zeitig loben. Nee. Okay. Na komm. Vorbei, oder? Ist vorbei. Nee. Noch einer muss hier, oder? Ja, nee, nee. Jetzt ist vorbei. Okay, das ist wieder Zeit für Zeitlupe. Zeit für Zeitlupe. Genau. Ich will echt mal bis 20 kommen. Ach, das schaffen wir jetzt. Ja, wir hatten ja erst noch 43 oder so. Ja, wenn wir noch Zeitlupe gehabt hätten oder so, dann wären wir mit Sicherheit noch weiter gekommen. Aber das wurde echt heftig. Also immer schön das Schild vor das Gesicht halten. Das Problem, sie können ja auch runter schießen, ne? Wir haben ja keinen Körper, da treffen sie uns ja nicht. Meinst du? Da zählt dann nicht. Ich hoffe es. Und hier vorne. Und schon wieder mehr. Sehr gut. Aber ich treff nix. Da sind noch mehr. Ja. Sind sie alle weg? Ja, ich glaube wohl. 85. Ja, 9. Okay. Jetzt kommen die Mücken wieder oder die Bienen oder was auch immer das sein soll. Ja, dann ist es ja erstmal nicht so schwer, dieses erste Bienenlose. Ja. Ich muss ja bloß aufpassen, dass sie jetzt nicht von oben kommen oder so. Ich glaube bei denen verlieren wir super viel Leben. Vor allem weil die so klein sind. Mhm. Aber die geben richtig schön viel Punkte. Aber später wird das richtig heftig, wenn die einen so attackieren. Ja. Okay. Sieht noch alles sehr gut aus. Noch. Alle weg. Alle weg. Weg mit euch. Weg mit euch. Wow. Das ging jetzt aber schnell. Guck mal. Ja, aber da war gerade direkt hinter mir einer. Okay. Komm. Dich, 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 dich. Wapp, wapp. War es das? Ja. Woher war es? 85. Aber... Wir hatten eben keine 85 hier bei der Welle. Wir hatten schon weniger, glaube ich. Ehe! 12. Und immer noch 85. Wir müssen das jetzt schaffen. und ich würde unbedingt 20 erreichen und unseren punktestand ausweiten wir sind immer noch bei 85 das ist sehr gut es ist richtig gut ich knall euch immer noch guck mal aber jetzt müssen wir es doch schaffen ja wir dürfen nur nicht nachlassen das ist jetzt hier wie bei ready player 1 wenn wir hier so ein mega highscore kriegen dann kommen wir in so einem geheimen level ich bedel jetzt mit meinem schild hier rum ich auch weil irgendwas ist hinter mir gewesen gerade ok wir haben zehn punkte verloren war schon nicht ja das darf uns jetzt nicht passieren oh war ja jetzt kommen wieder so viele und die teilen sich du musst vor diesen kleinen biestern aufpassen warst du doch ich glaube wohl ich glaube wohl aber da ist noch einer man weiß nie so genau jetzt warst du es oder man kann nicht sicher sein wir sind immer noch 75 boah niki das ist sehr gut jetzt müssen wir ich treffe nichts ich treffe nichts die sind direkt vor einem aber man trifft echt nicht ja weil es auch so viele sind dann fliegen noch diese kleinen partikelchen rum guck mal ich hab die zeit gekriegt ich habe jetzt auch einen schuss der auf mich ging abgewehrt mit dem schild wo ist es wo ist es irgendwann ist fuck ey ruhe bewahren gegner bekämpfen ich hörte die ganze zeit flattern und hab's nicht gesehen wo es herkommt so ok ich glaube ich habe zeitlupe noch und den super schoss noch das darf uns jetzt nicht platt machen jetzt ist der moment es wird richtig übel noch hier weil es sind so viele es flattert es flattert überall einfach nur noch schießen gucken schießen man kann echt schöne schüsse abwehren im zeitlupe modus ja man weiß noch wenn das so viele sind weiß man noch gar nicht wo man schießen soll komm 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 ist das jetzt hier mal zu ende ey geil die zeitlupe du machst das so gut du machst das so gut du machst das jetzt du machst das jetzt wie viel Leben 26 ich kann dir aber schon sagen wir haben unseren Rekord schon eingestellt so viel kann ich schon verraten warte nicht verrate nicht ich kann nicht gucken du guckst da ordentlich guck ob die Gegner an schießen das müssen wir schaffen jaaa und jetzt jetzt aber was kommt jetzt teufel okay dann wieder alle kommen ich dachte jetzt kommt irgendwas besonderes vielleicht am ende aber das sind zu viele das sind echt zu viele jawoll wow er hat endlich mal getroffen das ding das ist das viel jaaa nochmal getroffen jetzt tut gut nein okay wir wurden geschlagen aber wir haben 783.000 Punkte jaaa aber jawoll ja warum bin ich jetzt okay ich dachte wir haben immer die gleichen Punkte hä ja das dachte ich ja auch weil ne bei mir steht auf meiner Seite steht das und auf deiner auch ja 837 hä okay egal wir sind beide auf Platz 1 wir haben ja als Team gespielt cool also das müssen die ja unter uns erstmal schaffen ja aber das macht echt Spaß weil man seinen Highscatter irgendwie jagen kann aber wäre noch cool wenn man das Leben irgendwie auffüllen könnte aber ja ich denke mal da kommt noch einiges in dem Spiel wäre auf jeden Fall cool ja und so ja ich würde sagen ab Bälle 10 so ein Spezialgegner wäre nicht schlecht ne so immer bei den vollen so bei 20 bei 10 30 aber da wäre sowieso nicht hinkommen ja 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 ja